hallo und herzlich willkommen hier zurück in nordfriesland am heutigen montagnach ich wünsche einen guten wochenstart ja und ich würde sagen wir starten noch direkt beim letzten mal hatten wir das problem dass wir hier die fahrzeuge nicht auffüllen konnten jetzt mal hier ein stück zurück hier ein stück zurück ich bin jetzt auf einmal schluck auf was ist das denn jetzt hier haben wir links das ist vollkommen korrekt fahrzeug verband ist hier noch nicht aktiviert ok übergeben abfahrer einstellen aufgefüllt ist er und los geht's so und der nächste geht hier in den start wieder gucken verband aktiviert das ist rechts jawohl und einstellen dann kommt der letzte hier aktiviert jawohl rechts alles klar dann stellen wir den mal ein der müsste auf links stehen tut er auch fahrzeug verband ist aktiviert jawohl und ab geht's und 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 er fährt groß das sieht doch schon mal gut aus dann würde ich sagen gehen wir jetzt noch mal eine ladung abholen ja ich muss also die flüssigkeit lage etwas überarbeiten natürlich persönlich geändert und da die eine oder andere änderung dann vorgenommen daher funktioniert er das nicht mehr aber jetzt seht ihr jetzt funktioniert wieder alles sehr schön ja heute also wieder eine 30 minuten folge ich finde das ist eigentlich ja so eine zeit die ist ganz okay daher habe ich mich jetzt für die 30 minuten entschieden ist aber na klar könnte ich auch nur 15 oder 20 minuten folgen machen aber dann würde ich weniger content bringen und b ja käme ich dann hier gar nicht zum spielen und könnte überhaupt nicht mehr machen kann ich so zeigen was ich eigentlich gerne tue weil es ist dann doch sehr sehr schwierig innerhalb so kurzer zeit das zu vermitteln was das spiel eigentlich hergibt hat dann gleich noch hier markierung für die einzelnen träger gesetzt so dass wir jetzt besser erkennen können fragt mich jetzt nicht ob die markierung schon da waren ich weiß es nicht ich habe mit den originalen nicht so oft gearbeitet so jetzt mal gucken wir müssen auch mal wieder einstellen aha mal ich denn hier aha sehr clever das war wieder sehr clever hier von mir ich wollte eigentlich noch einmal gucken wer da hinter mir drängelt und schmeißt mich sofort wieder raus das ist ja klar nicht schlecht hier ist schon mal der erste angekommen jetzt berechnet er ach ne müsste der zweite sein müsste schon einer am feld sein ne das ist der feld 41 jetzt mal mal gucken ein wenig merkwürdig ich sag dieses wollte ich schon noch verkaufen den kann man wieder hier einstellen dann kann der hier weiter sein Wasser hier fahren ja warum der hier nicht funktioniert verstehe ich auch nicht den kann man wieder hier zurück auch zum Wald schicken in der gleiche Holzladen in der gleiche Holzladen in der gleiche Holzladen jetzt kommt der linke erst hier an oder was ja das ist auch ein bisschen sehr merkwürdig ok mal gucken ob das jetzt gut geht jetzt da draußen sehr schön mal hier die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen jetzt unsere Baumstaubsauger hier haben wir noch jetzt nochmal hier ein paar Bäume wegsaugen sehr clever ich würde einen Baum wegsaugen nicht also ne ein stehenden und keinen liegenden da müssen wir hier noch ein paar Baumstimmfehl wegfräsen ja mal gucken was wir diese Woche hier alles schaffen ich wollte hier auch noch was verkaufen dann wollte ich noch einen neuen Hänger holen um dann auch die ja die Pelletsfabrik mal hier etwas leerer zu bekommen da haben wir ja eine Million an Ware rumstehen die ja verkauft werden könnte mal gucken wenn wir das jetzt auch mal hier über die Bühne kriegen First Play war gerade wieder am Rechner das merkt man mittlerweile doch sofort auch hier auf der Vierfachkarte dann friert das Spiel mal kurzzeitig ein nur warum das so ist verstehe ich immer noch nicht wenn wir jetzt hier am Rückweg sind dann kommen wir schon mal die eine oder andere Wölke hier noch mitnehmen wenn wir jetzt hier am Rückweg sind dann kommen wir schon mal die eine oder andere Wölke hier noch mitnehmen ich muss schon mal so den Wald ein wenig ausdünnen dann ich wollte hier noch mal raus nur hier von wo hier von der Brooke Daher go dann würde ich sagen kaufen wir jetzt mal einen anhänger hier immer den hier wir nehmen die rundum leuchten version 1 dann immer lang begrenzungs leuchten ja staukasten ist da gibt es noch einen kotflügel ja staukasten rechts so ersatz reifen links haben wir jetzt hier der satz reifen sehr schön jetzt hier ein aufbau einstellen kotflügel fliege logo unterschutz kann man zwar so gern nur so kann ich jetzt hier den aufbau sehr merkwürdig ich irgendwo was verpasst naja so die felgen wollte ich so lassen dann hier mittal aufbau Ohhhh Ah, sieht da in Süd aus. Wo man mich wundert, ist das hier kein Aufbau? Ach, Aufbau hier. Ich würde schon mal sagen, nehmen wir den, ne? Und hier wird noch? Ja, würde ich sagen, nehmen wir den. So, kaufen, ja. So teuer ist er ja gar nicht. Dann stellen wir den schon mal hier ein, ne, schon mal losfahren, mhm, der ist leer, der muss aufgefüllt werden, alles gut. Warum fährt der jetzt hier nicht los? Ach, der wartet wieder auf den anderen, oder was? Ne. Naja, müssen wir mal gucken, also irgendwie ein bisschen merkwürdig, wie sieht es hier aus? Dann fahren wir eben hier schnell zum, zum Fahrzeughändler, ich wollte gerade sagen Werkstatt, aber der Werkstatt ist ja falsch, also der Fahrzeughändler. Aber hier diese geniale Kurve hier. Ach, das ist denn mit dem Häckselgut, ne? Der, okay, der jüdische Gegend fährt. Boah, die zieht uns aber mal hier weg, halleluja. Ja, da ist ja mal ein Power unter der Haube da vorne. Okay. Das war's. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir fahren jetzt zurück zum Balletslag jetzt damit. Das sieht aber gut hinterher. Das sieht schon gut aus. Jumbo LKW hier. Das ist noch einmal hier über die Wiese fahren. Ich will noch einen größeren Bogen fahren müssen. Ich muss noch einmal hier den Hänger umstellen. Und dann gehen wir mal hin. Eine Million. Also. Ich gebe alles was du hast. Aha. Da geht schon mal nichts mehr. Da ist er schon mal voll. Dann fahren wir jetzt mal nach vorne. Wir wechseln mal das Fahrzeug. Wir zeigen hier. Puh. Wollen wir mal gucken. Aber das sieht schon schlecht aus. Das sieht aber schlecht aus. Das scheint das nicht zu laden. Ich verstehe aber nicht. Wollen wir mal gucken? Okay. super hat er jetzt toll gemacht oder so spiele kick damit warum nimmt er die jetzt nicht das verstehe ich nicht also das war ein Satz mit X das war wohl nix er fällt jetzt nicht weiter wegen den Paletten die hier im Weg stehen oh is it done yet so tja das war aber nichts ich weiß nicht warum er jetzt die nicht lädt das ist ja auch wieder oh das liegt wirklich am Aufbau aber das kann ich mir kaum vorstellen ach warte mal wir müssen ja hier drüben gehen oder gehen wir jetzt mal den kürzesten Weg hier und wenn er rennt das Geld jetzt mal alles ist das schon mal schön und 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 was ist denn die dritte palette? achso, kann ich schon hier oben ausgeladen, naja schön das ist ja schon mal schick folgendes machen wir jetzt mal in die werkstatt fahren wenn wir den hänger mal umbauen, den anhänger hier, das war jetzt ja nicht gerade so die welt, die man da rausgekriegt hat aber immerhin auch klein Vieh machen ist weiter geht es hier lift over the beast so, jetzt bin ich mal gespannt den trailer denn hier erkennt in dem trigger aber müsste eigentlich ja tut er auch jetzt muss man hier langsam hoch scrollen ah da, aufbauversion 4, nein konfiguration, ja kann losfahren ab gehts gucken wir jetzt mal ach, hör mir eh, die können auch noch Sachen abholen, ne fällt mir gerade ein die müssen wir noch zur Bäckerei bringen ah da war da noch was, da war noch was ja gut, wenn wir nicht vorhaben, fällt 66, also 65, 66 mal zusammengelegt haben, dieses jahr noch zu ernten das ist ja mal definitiv nicht der fall fangen wir eben schnell hier durch die windgeräte sind schön am strom produzieren, das gefällt mir schon mal sehr gut auch wenn diesmal hier auch nicht um die wiese zu fahren, außer hier vorne das stück fahrzeug damit wir halb ja, vorne das fahrzeug schon mal beladen können so das muss eigentlich die normale palettengröße sein, also von daher verstehe ich das nicht jetzt war er hier ja, nein, ja dann muss ich noch ein Land kaufen, dann müssen wir noch ein bisschen Land kaufen maximum 28 paletten leer, würde ich mal sagen, es ist leer, das ist ja schon mal schön schon wieder aus dem spiel gekickt, was ist das denn neu ne Erlädst mich nicht. Warum denn das nicht? Ich muss eben schnell nachgucken, das ist mir doch schon wieder sehr merkwürdig. Und hier, zick. Und hier, zick. Hm, wo haben wir, wo haben wir. Hm. Ich weiß warum. Oh mein Gott. Naja, egal. Kann ich jetzt nicht ändern. Das müssen wir eben hier per Hand aufladen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ach, da ist die Folge schon wieder um. Das kann das ja nicht sein, oder? Mein Gott. Gut, das soll es dann für diese Folge mit diesen Bildern hier, wie ich mich hier abmühe und abkämpfe hier gewesen sein. Ich sage mal wieder Danke fürs Einschalten, fürs, ja, Däubchen da lassen in nördlicher Richtung. Ja, und ja, für Kommentare von euch, vielen, vielen Dank dafür. Und ja, auch für es hier bis zum Ende dranbleiben. Das hilft mir wirklich sehr weiter, damit meine Videos hier noch bekannter werden. Vielen, vielen Dank. Ich sage, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.